Servus und hallo Freunde der Nacht des Tages und vor allem von Garry's Mod. Ja, was mache ich hier und warum ist hier nichts los, warum bin ich auf Kami's Server und es ist G-Man Construct ganz einfach, weil ich heute etwas vorhabe und zwar eine Fading Door. Es gibt viele Leute, die haben Probleme mit Fading Doors und stellen sich einfach extrem doof an. Deswegen habe ich mir gedacht, Leute, ich mache euch mal ein kleines Tutorial. Also, fangen wir mal an mit der Fading Door. Als erstes, was ihr machen müsst, ist Kuh drücken. Ja, dann haben wir hier die Werkzeuge auf der rechten Seite. Da steht auch schon Fading Door, nicht wahr? So, aber ihr holt euch jetzt erstmal ein Prop. Sagen wir mal, ihr wollt hier irgendwie eine Tür reinmachen, ja? So, bla, bla, ganz provisorisch. So, dann. So kommt keiner rein, ja? Könnt ihr auch selber nicht rein, ist ja doof. Ihr wollt ja, dass jemand reingehen kann, sodass ihr reingehen könnt. Deswegen geht ihr auf Fading Door. Wichtig, diese Haken, die hier drin sind, normalerweise, die hier rausmachen, ja? Die dürfen nicht drin sein. An diesem Knopf hier sucht ihr euch dann eine Zahl aus, auf die ihr diese Fading Door aktivieren möchtet. Ich nehme meistens die 3 oder die 4, weil die direkt über dem W ist und ich dann unterm Laufen gehen kann. So, jetzt haben wir hier das gemacht. Gleich mit dem Fading Door Tool hier drauf. So, wenn ihr jetzt die 3 drückt oder was auch immer für eine Zahl, passiert das hier. Also, das könnt ihr so oft machen, wie ihr wollt. Wenn ihr es gedrückt haltet, dann könnt ihr auch durchgehen, ja? So, bla, bla. Damit haben wir schon mal die Fading Door gemacht. Aber weil das ja meistens illegal ist, auf RP-Servern, braucht ihr jetzt ein Keypad. Wichtig, alle Zahlen, alle Haken drin, ja? Ich habe jetzt hier oben mal irgendein Passwort reingetan. Wichtig, 4 Zahlen am besten. Das geht am einfachsten. Und dann habt ihr hier dieses Access Granted, ja? Da müsst ihr dieselbe Zahl reinmachen, wie in der Fading Door. Also hier, Fading Door 3, Keypad auch 3. So, dann habt ihr hier unten diese Aktionen. Das heißt, wie lange hält das Keypad diese Tür auf oder was macht das Keypad? Eigentlich könnt ihr alles andere da lassen. Am wichtigsten einfach das hier, diese Hold Length. Wenn ihr das macht, auf 2 Sekunden 65, dann bleibt diese Fading Door hier 2 Sekunden 65 auf, sobald ihr den Key eingegeben habt. Hier oben nochmal ein Tipp, Secure Mode aktivieren, auf jeden Fall. Damit keiner den Code sehen kann. Es gibt auch noch was, wenn der Access Denied wird. Also wenn der Code falsch ist, könnt ihr auch noch eine Hold Length machen, also dass da keiner reinkommt in der Zeit. Ja, das geht auch. Auf jeden Fall fangen wir jetzt mal an hier mit dem Keypad. Hier einfach neben die Tür setzen. So, lala. Schauen wir mal gleich mal, was habe ich für einen Code? 1, 5, 9, 6. 1, 5, 9, 6. Zack, geht auf. Und ihr müsst jetzt genau 2 Sekunden halten und wieder zu. Genau. Dann habt ihr schon mal hier eben eine Fading Door mit Keypad. So. Und weil wir ja von innen auch was machen wollen und vielleicht nicht die ganze Zeit das Keypad drücken wollen, gibt es noch eine andere Möglichkeit, das zu tun. So, OK drücken. So, lala. Und zwar mit einem Knopf. Ihr könnt natürlich auch diese 3 drücken, aber meistens ist das als Fading Door Abuse irgendwo verboten. Ich sehe es jetzt nicht so schlimm, aber meine Güte. Am besten eben, ihr macht einen Knopf. Wechselmodus an. Das ist so... Ja, wie soll man das machen? Genau, hier steht ja schon, dieser Button wird zwischen ein- und auswechseln. Anstatt immer gedrückt sein zu müssen. Wobei ich das besser finde. Wenn man hier drücken muss... Moment. Aha. Ja, da habe ich schon den ersten Fehler gemacht. Genau. Hier oben natürlich wird dieselbe Taste rein wie mit der Tür. Ihr seht auch immer, wenn ihr diese Taste rein macht, dass dann sich die Tür hier hinten kurz bewegt. So, lala. Knopf dran. So. Also wenn ihr diesen Knopf macht mit diesem Button hier raus, also diesen Haken, dann bleibt die Tür nur so lange offen, wie ihr diesen Knopf hier drückt. Ja. Ihr könnt das natürlich auch machen in diesem Modus. Das heißt, wenn ihr einmal drückt, bleibt offen und geht erst wieder zu, wenn ihr nochmal drauf drückt. Bevorzug aber diese Variante. Weil ihr dann eben durchgehen könnt, hinter euch, loslassen. Fertig. Das ist dann kein Abuse, ja. Ähm. Genau. Das ist eigentlich schon das Ganze an der Fading Door. Also wie ihr seht, es ist nicht schwer. Es ist eigentlich total leicht zu machen. Ähm. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, schreibt ihr in die Kommentare, wenn ihr irgendwas nicht verstanden habt. Aber ansonsten ist das eigentlich schon das Große und Ganze der Fading Door. Was noch toll ist an diesem Prop hier, warum ich das immer benutze, von außen sieht man nichts. Von innen kann man raussehen. Auch nicht schlecht, ne? Naja, auf jeden Fall, das war die Fading Door. Ganz einfach eigentlich, wenn man weiß, wie es geht. Und ich bedanke mich fürs Ansehen. Ich hoffe, das Tutorial hat euch geholfen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Euer Alpogenics. Haut rein. Oder so. Oder so. Oder so. Oder so. Oder so. Oder so. Untertitelung des ZDF, 2020